Warte, die Soldaten sehen doch, dass hier Licht brennt. Nein, die Außenlichter gehen nicht. Woher weißt du das? Melanie von den Fireflies hat's mir erzählt. Das sieht cool aus. Hast du Lust? Das ist peinlich. Wie machst du das? Was? Pfeifen? So? Ah, okay, so. Übung macht der Meister. Oh, ich geb auf. Du schaffst das. Vielleicht. Ja, bist du bereit? Was machen wir? Wow, wow, wow. Riley, komm her. Nein, du schaffst das. Los. Oh Mann, das ist irre. Oh Mann. Komm, Charm, komm hier hoch. Setz dich neben mich. Okay, warte. Ah. Ah. Nein, nein, nein. Nein. Ich bin doch grad erst drin. Lebe! Ui. Also, ich fand's toll. Da hast du's. Oh. Ich hab da noch was. Was ist das? Was sagt der Hase zum Egel? Was ist das? Du bist so spitz, finde ich. Nee, oder? Du hast noch ein Witzbuch entdeckt? Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam? Ähm. Die kalte Schulter. Hier, für dich. Weißt du, du könntest glatt wieder meine beste Freundin werden. Ich mein' ja nur. Ich kenn' dich doch. Ich mein' ja nur. Okay, bist du bereit? Bereit. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bay-Kartoffeln. Bay-Kartoffeln. Ah! Oh! Sehr gut. Der war gut. Ein gekochtes Ei am Morgens kaum zu schlagen. Ich bin zu lustig. Das gefällt mir. Ich lese gerade ein Buch über Anti-Schwerkraft und ich kann es einfach nicht wegheben. Schön. Ja, der ist klasse. Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Es gibt zu wenig Erde. Oh! 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 Wohin geht ein Wal zum Essen? Ins Wahllokal. Oh! 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 Wie entstehen Kinder? Na, Intimarbeit. Oh. Ja. Papiert? Ja. Intimarbeit. Intimarbeit. Ja. Ich kannte mal einen tollen Witz über Amnesie. Aber ich hab ihn vergessen. Ja! Alles gut. Wie findet Knecht Ruprecht den Weg? Mit dem Rutenplaner. Hm, okay. Wo in Baden-Müttemberg? Ganz klar Insekt. Ah, der ist gut. Echt gut. Welche Worte machen jeden Hai glücklich? Man über Bord. Oh, das ist fies. Das ist fies. Wo haben Inder die Toilette? Oh, das weiß ich. Nee, am Ende des Ganges. Oh, der Fluss. So ist dieser Fluss in Indien. Das war bis jetzt der Beste. Ja, klasse. Warum weint ein Alki, wenn er vom AA-Treffen kommt? Weil es so ernüchternd war. Okay, wo wohnen kannst du? Klar doch. Das hab ich schon oft erlebt. Das war's? Das ist der ganze Witz. Das ist der ganze Witz. Ein toller Witz. Ich lau mich gleich tot. Mithos. Ah. Abendzeitungsschlagzeile. Comiczeichner tot aufgefunden. Tatumstände noch Skizze. Ja, der ist cool. Oh Mann, ich liebe das Buch. Wie bezeichnet man einen ausgehungerten Vampir? Ah, okay. Blutarm. Ja, okay. Okay, was macht ein Hacker am See? Ah. Fisch mit den Haaren. Das ist so doof. Das ist so was von doof. Was hat ein Bouilleur? Ein Fernrohr. Wow, nein. Fui. Wo kauft ein einarmiger ein? Im Second-Hand-Shop. Da war dieser Typ, der eine Cola-Dose an den Kopf bekam. Zum Glück war es ein Soft-Drink. Alba. Ja. Waben essen Blinde gern Ohnbrötchen. Da stehen immer so schöne Geschichten drauf. Oh. Oh. Wie gemein. Wie gemein. Sagt der große Stift zum Kleinen. Wachs mal Stift. Oh. Oh, ist der doof. Aber gut. Okay. Das reicht. Ich steck es jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Der Fotoautomat ist an. Ellie, das müssen wir ausprobieren. Ellie, na los. Du hast meine Kamera zerstört. Ich will neue Fotos. Wie funktioniert das? Du musst einfach den Anweisungen folgen, glaube ich. Soll ich? Nein, weißt du was? Du machst das. Und los geht's. Wie sieht cool denn aus? Wo ist der Typ denn cool? Na, er hat eine Sonnenbrille und ist ein Häschen. Touché. Ich bleibe bei cool. Okay, lächeln. Rück näher, näher, näher. Nein, keine Hasenohren. Okay, was Gruseliges. Dinosaurier. Oh nein. Oh, oh, jetzt mal eine Franz. Okay. Kugelfisch, Kugelfisch. Okay, jetzt Albanco. Okay. Schweinsnase. Oh, schön fertig. Okay. Hey, da sind wir ja. Wir sehen bekloppt aus. Aber trotzdem super. Oh, die sehen tolle aus. Was ist ein Facebook? Vielleicht bildet das Gesicht dann ein Buch ab. Benutzernamen eingeben. Was schreibe ich da? Einfach irgendwas. Dann Nachnamen oder so. Okay. Und fertig. Oh, es teilt. Keine Internetverbindung. Was bedeutet das? Oder wir drucken unsere Bilder einfach aus. Oh. Gib uns ein paar Bilder. Ich kann nicht fassen, dass das funktioniert. Ich weiß. Neuer Versuch. Okay. Was? Oh, komm schon. Verdammt. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist es kurz. Ich glaube, du hast recht. Wollen wir uns weiter umsehen? Oh, ja. Oh, ich hasse sie. Wieso klingt sie denn bitte so blöd? Ja, oder? So würde ich es machen. Achtung. Die 6 Uhr Schicht beginnt in 10 Minuten. Okay, jetzt ich, jetzt ich. Alle Einwohner müssen stets einen aktuellen Ausweis bei sich tragen. Melden Sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort dem zuständigen Bereichsleiter. Nicht vergessen. Und Tätigkeit kostet Leben. Ja, das wäre viel besser. Wow, schau dir das an! Oh, das gibt's doch gar nicht. Hab's doch gesagt. Motor einschalten. Okay, das sind die Kanonen. Los geht die Spritztour. Oh Mist, Hanalkurve! Oh mein Gott, die kommen direkt auf mich zu! Ellie erreicht die Ziellinie! Mann, Rennwagenabknall? Das Spiel ist bescheuert. Nein, sag jetzt nicht, er ist kaputt. Er ist kaputt. Mann, ich wollte so gern damit spielen. Kannst du doch. Wie? Okay, komm her. Schließ die Augen. Na los. Okay. Damit bewegst du dich. Damit boxt du und damit trittst du zu. Und zum Blocken den hier. Okay. Zuerst willst du deinen Charakter. Du spielst als die unaufhaltbare, krallenschwingende, umwerfend schöne Angel Knives. Soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Augen zu. Okay, sorry. Sie schlägt am Rande des Schattentempels. Ein uraltes, mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Dein Gegner, Blackfang, tritt aus dem Tempel zu einem weißer Muskelberg mit drei Armen. Hust auf dein Blut aus. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit und wie? Runde 1. Kampf. Runde 1 vergeht. Blackfang rast auf dich zu. Er greift dich mit einem Doppelschlag an. Spring hoch! Ach, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. So richtig als mit dem Ellbogen. Kostet dir 15% Gesundheit. Ja, er wirbelt herum und startet einen Schattenklauen an drin. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Kontern. Du hast den Ellbogen hoch, gerade als er eine Kombo startet. Du rutschst zurück, nimmst aber keinen Schaden. Der letzte Block bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Gleich hat er sich wieder erholt. Schnell, konntere mit einem Himmelsgeber. Du rast dich gleich, schlag ihm in den Rücken. Runde um, blocken uns, rinnt zu einem Gegner. Er blocken. Geschafft. Runde und vorwärts und nicht leiden. Ja, die machen wir fertig. Ha! Ho! Yihau! 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 Genau, lose-e-combo. Yihau! 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 Mach ihn platt. Der Bildschirm wird dunkel. Angel Nikes Klauen fangen an zu glühen. Sie durchbohrt seinen Körper wieder und wieder, bis ihm das Herz aus dem Oberkörper springt. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm mit einem Roundhouse-Tritt den Kopf ab. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultra-Kill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nicht schlecht fürs erste Spiel. Und? War ganz okay. Ach, komm schon. Ja, hat Spaß gemacht. Hörst du das? Hey, hör mal. Wir sollten zurück. Ich muss zurück. Du hast noch jede Menge Zeit. Riley, ich, ich kann mir solche Sachen nicht mehr erlauben. Wir machen einfach morgen weiter. Geht nicht. Na, dann halt irgendwann anders. Okay, Firefly-Braut, wann? Sie wollen, dass ich verschwinde. Verschwinden? Aus Boston. Ich soll zu einer Gruppe in einer anderen Stadt. Ich hab gesagt, dass ich in Boston bleiben will. Aber du weißt ja, wie Marleen ist. Nichts macht sie einem leicht. Alles ist ein Test. Sie holen mich morgen ab. Okay. Das war alles? Na, was willst du denn hören? Was weiß ich? Wie wär's mit einem guten Rat? Ich mein's ernst. Warum hast du mich hierher gebracht? Ich wollte dich sehen. Nein, warum hast du mich hierher gebracht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Du willst mein Rat? Geh. Na los, verabschieden wir uns. Ich schau mal, woher die Musik kommt. Riley! Riley! Verdammt! Wo zur Hölle ist die hin? Riley! Riley!